so warte ich sag dir jetzt mal wo ich hab hier noch mit ein bisschen mehr zu kämpfen äh im gruppenkanal da wo da steht da hängt der nein der ist jetzt hier vorne ja dann ist er nach vorne oh oh ja oh keine sorge wieso keine sorge gleich unterhalten wir uns gleich mal irgendwo äh unterhalten uns mal wie lange ich bin wie lange ihr wieso auf dieser insel noch gültig ist ich denke weiß ich nicht wollen sie erfahren wie lange ihr wieso noch gültig ist dann unterhalten wir uns gleich mal warum jetzt auf einmal auf dieser art weil sie gerade Leute überfahren ohne Grund und so ohne Grund fragen sie immer wieder glaub ihm das mal bitte danke ja alles cool immer geschmeidig bleiben ist nicht alles cool wie nicht ne was nicht alles cool ist das geht ja so nicht man kann ja nicht einfach Leute überfahren auch nicht sie auch wenn sie sich kennen nicht das ist aber mein fetisch ja ja vielleicht finden sie einen fetisch auf einer anderen insel denn auch wieder ja das verstehe ich jetzt das verstehe ich jetzt aber nicht das verstehen sie nicht ne visum wird dann ablaufen verstehen sie dann kommt sie auf diese insel nicht mehr rauf sind sie hier so was wie der sheriff oder was naja aber ich spiele mir als sheriff auf ja ich merke schon aha gehen sie doch lieber mal die Corona Pandemie kontrollieren die Waffe 15 die war vor 15 jahren junger Mann vor 15 jahren war die vor 15 jahren war die wir schreiben das jahr 2035 weil sie das nicht wissen sie vollidiot ich glaube es reicht gleich oh nein ein Unfall ey kannst du gleich meinen Karren reparieren der ist jetzt wegen dir kaputt gegangen ey Maul ja weil es doch bezahlt ist für den Schaden Mann hallo ey du musst jetzt für den Schaden bezahlen ey Charlie schlumm ist das dein scheiß ernst Iss dass dein scheiß ernst Ist das dein scheiß ernst